Wir sind an dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis. Die Eltern von den Kindern achten immer drauf, dass die Kinder nicht unter die Bühne gehen. Dort liegt der Schlagstrom und nicht, dass es dann heißt, dass der Cabin ruft. Mama, die Chantal leuchtet, das wäre schlecht. Ja, also nicht unter die Bühne, Kinder. Nicht unter die Bühne. Nein, nur hier, wo der Onkel euch sehen kann. Ja, hast du es? Ja, gut. Nicht unter die Bühne. Wo sollst du dich hingehen? Unter der Bühne. Richtig, das ist ein Applaus herz. Da sieht man doch, wie sei es hier drauf gegeben. So, Freunde, jetzt noch eine Schmusi-Musi, bevor wir noch auf die Tube drücken. Ein schöner Song von King, der nennt sich Don't.